So Leute, willkommen zu einem weiteren Paar der Assassin's Creed 3 Multiplayer, heute haben wir ein paar Leute mit am Start, nämlich den Haji Legendary, den Guida und den Gamers Canary, sagt mal hallo, hallo. Ja, Schwanz lutschen. Was du willst? Nee, jetzt hör auf. Alter, wir sind doch gar nicht in Stimmung und du willst schon direkt mit so perversen Dingern, das geht ja mal gar nicht. Super. Geilster Start, den es gibt. Auf jeden Fall. Okay, wir spielen, was spielen wir? Hatte fucken los. Hast du aber schon gesagt. Alter, ich bin so verpeilt, ey. Aber wieso haben wir nur zwei Gegner? Was sollen das werden? Ja, die haben nur zwei gefunden, dann heißt es hier Füsten, ne? Boah, das ist ja um, für jetzt mal ehrlich. Ja, mein Gott. Okay. Wer geht fladern? Ich geh erstmal fladern. Okay. Jetzt müssen wir wissen, was es ist. Fladern. Clown natürlich. Das wusste ich auch nicht, aber ich konnte das aus dem Kontext heraus beschließen. Boah, ich hab da, ich spiel das so gut wie nie, Alter. Wieso spielen wir, ne ist ja wurscht, wir spielen das halt jetzt. Und danach spielen wir noch Meucheln und Deathmatch. Das muss ja was für jeden dabei sein, jeder soll ja mal fiesten können. Ich stell dir mal vor, es wird immer nur einer gefiestet, das ist ja scheiße. Gegen den Spielraum, ups, gegen den Jörgitsch. Und wenn er dann Schließmuskeln riesen halt, dann kann er zwei Wochen nicht scheißen. Sebastian. Ja, das ist ja. Über, ich bleib die ganze Zeit hier stehen und warte. Lalalala. Das ist voll spannend. Anstatt mir einfach mal zu helfen, eskortieren, ich meine, ich bin hier von zwei Leuten. Wäre zu viel verland. Ja, ich bin gerade dabei, ich hab die Dreckssorge nicht erwischt. Hab's ja. Ja, hast du. Sehr schön. Ich meine, zwei hinter mir, ich werde gemessert, was macht er. Oh ja, ich steh mal in der Luft rum. Äh, Luft. Ich steh mal in der Gegend rum. Ja, ich hab die Gegend betrachtet. So wunderschön, ne? Ja, Wahnsinn. Der schöne Sommer hier ist unglaublich. Ich hab ja auch mich mit den Leuten unterhalten hier. Sehen alle gleich aus. So, ja. Alle Zwillingsbrüder. Oh Scheiße. Boah, jetzt renne ich den Vollidioten in die Hand, Alter. So ein Kack musst du mal bauen, hey. Der Gegner hat ihr Artefakt gestohlen. Umstrittener Cash. Boah, eigentlich war das jetzt voll riskant als ich gemacht, ob der da eigentlich noch einen Baum schmeißen kann. Wieso stehst du da eigentlich rum? Ja, ich fahr doch mal auf der 80-Tere-Ener und so aufrecht, aber nö. Ich wollt den sowas wieder trollen. Aber Testmatch hat halt bestimmt dreimal gespielt in den AT3. Nö, voll viel. Nö, voll viel. Wie kann man so Kacke bauen, ey? Fuck! Nein, ey. Ich kurz vorm Ziel werde ich getötet. Ja klar. Fuck! Ach nee, nicht No Name. No Name. Oh Gott. Boah! Der Typ ist nicht schlecht, aber... Aber auch nicht gut. Doch. Hä? Das ist... Also solide. Doch, der ist vorm X, der ist gut. Alles gut. Alles gut. Nur BAM ist schlecht. Alles ist vorm X. Nein. Das wird nicht den Sebastian hier beleidigen. Spielen wir jetzt eigentlich nur ähnstischen Art Fakten und dann gleich weiter, oder? Meine Ahnung. Oh, ich bin tot. Ja mal gucken, ne? Das gegnerische Artefakt ist wieder in deren Basis. Oh, ja. Das muss mir mindestens einer helfen, den Verteidigen. Das gegnerische Artefakt ist wieder in deren Basis. Das macht der Felix. Das macht er immer aufs PC. Das kann er am besten. Naja, ich muss die Drecksarbeit machen, ja? Treffner, du machst das gerne. Du meldest dich mal freiwillig mit Simon zu verteidigen, also. Wer ist Simon? So ein Typ. Weißt du, wir sind bei dem Clan. Du musst noch auf den neuen Stand kommen. Das kommt noch alles. Nein, niemand hört dich. Sebastian. Das schreibt der gerade in Skype. Was? Okay. Das ist ein Köder. Wo ist dieser Killdog? Killdog. Oh, fuck. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Ja, klar. Hallo? Ach, jetzt hört mich. Was ist los? Hört mich irgendwer? Ja, jetzt hören wir dich. Was war die ganze Zeit? Oha. Da hat einer das Artefakt. Nur mal so. Ja, ja. Ja, ich lege auch die Tor bei mir. Ich kann fast gar nichts machen. Und hören tut mich auch keiner und was. Ja, jetzt höre ich dich. Es ist sehr schön, ne? Ja, jetzt ist spät. Ich habe bei deiner Begrüßen voll dreimal Penis reingeschlüsert. Keiner reagiert. Na, auf Penis reagiere ich. Nicht nur auf Wagener. Oh, okay. Oh, scheiße. Ich quatsch mit euch und renne einfach hier mal in die gegnerische Dinge rein, Alter. Alter, so dumm soll es sein, ne? Ey, wenn ich die jetzt nicht krieg... MANN! Wer... ...du bist... Ja, wer wohl... ...der würde ich wieder bewegen kann. 650 Punkte. Das macht nicht Spaß. 1200 Punkte. Und du nimmst das natürlich auf, oder? Ja, ich höre das Flüster nicht, was soll ich machen? Das erinnert nichts an das Spiel an. Dass du hörst das Flüster nicht? Nein, ich habe das fette Headset auf. Alter, wirklich, die campen so richtig gerade. Das ist richtig krass. Achst du den Sound über den Fernseher oder was? Ja. Ach so. Ja, du hast es ja gut mit deiner Ava-Media da. Da kannst du ja über Headset hören. Genau, das war auch einer der Gründe, wieso ich nicht auf die Elgato zugegriffen habe. Obwohl die natürlich qualitativ besser ist. Ja, aber bei der Elgato ist alles hinterher. Da kannst du nicht am Computer spielen. Ja. Eben. Ja, ich... keine Ahnung. Ich habe nicht mal Ahnung, ob da einer in der Base ist. Ah, oh ja. Da oben steht einer. Warte, ich fließt euch alles so weg mit Achtung. Ja, was ist so? Hey, hast du gleich die erste aufnehmen müssen? Ja klar. Alles muss direkt zack zack gehen. Ja, rein und raus, ja. Na klar. Ja, klar. Danke, wirklich Felix. Ich wollte akubatisch machen. Was machst du? Komm einfach an und tötet den. Die sind ein richtiger Abschauffer. Ja, ja. Ja, man muss sich besser absprechen. Mann! Ja! Alter, treff ich den mit dem Wurfmesser nicht. Ja, das schild gehabt. Komm, Lukas, kommst du, oder? Warte. Ja, rennt zu sein. Ich habe mich denn sowieso nicht. Ach, es steht mir nicht. Ah, geht. Ich habe ihr den, ich habe ihr den Dings gestohlen, wie heißt es denn, äh... den Aufzieh, deswegen konnte ich nicht hochdessen. Dann konnte ich Luftwaffe machen. Boah. Ey, du bekommst schon wieder 10 Milliarden Einladung, ja? Ey, der hat mich jetzt nicht wirklich gegräbt, oder? Calyx hat dieser Pisser, der... Was? Ja, Mano. No Name, der Gelassene. Ja, gut. Ich meine, normalerweise schafft der Kerl mich so lange zu ignorieren. Darum habe ich mir schon gedacht, das kann irgendwas nicht stimmen. Da bin ich jetzt... Ja, ich weiß gar nicht, was ich da jetzt reingeschrieben habe. Ich bin einfach mal aus der Konfi raus und wieder rein und dann ist das auf einmal gegangen. Ja, ich höre überhaupt nichts, ey, da. Was will die da? Wie, wie... Wie blöd kann man euch sein? Also, der Alligator ist wirklich eher was für Single-Aufnahmen, also wenn du alleine machst. BAU! Das war wirklich scheiße. Boah, ich hab hier grad zwei Leute... Das haben wir verziehen. Das ist toll und verdammt. Verdammt. Ah, der ist verkleidert, okay. Nein! Ja! Nein! Ja! Überholt. Was? Da, 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 da! Alter! Faktivist. 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 Geht doch. Ich bin immer da, letzten Rumpel. Äh, für das, dass ich nur vier Minuten mitgespielt hab, sind tausend, Mannepunkte schon. Boah. Also. Warum muss das in die anderen Minuten gemacht? Gelagged? Gelagged? Auch so. Wusste nicht, dass du dich nehmen, bei Bedienstes. Das ist echt schlimm. Faktivist. Ich hab den heute noch nicht. Faktivist. Faktivist. Holy Fuckin' Shit. Faktivist. 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 Wer ist eigentlich Noname? Das ist einer aus dem Clan, der ist quasi 15. Das ist ganz gut. 15. 15. Ja! Ja! Am schlechtesten hier ist immer noch Kalexer, das ist keine Frage. Der ist so schlecht, ne, das glaubt der nicht. So schlecht wie du? Ja. Boah, ich hab gewonnen obwohl ich gar nichts gemacht hab. Wir sind alle Erster. Ne, ne, ich bin der einzig allein Beste, ist ganz klar. Auf jeden Fall. Eich ne Fresse. Boah, guck mal mit 4 Kills, Alter. Ich bin der absolut Coolste, ey. Jetzt sollt ihr nämlich direkt feiern und Applaus und alles mögliche. Wuuuuh. Echt? Toll, wirklich. Ich hab die meisten Artefakte, Robert, das, äh, vielleicht schön gemacht. Ganz brav. Das, äh, ich hab was schon gemacht, aber sei ja. Okay, wer ist der Leiter hier? Ich. Ja, genau. So, hau mal an dein Modus rein, weil sonst schlaf ich hier ein. Genau. Geht gesucht. Ja, ihr könnt auch Meuschen machen, aber das, das ist ne Qual der Modus für mich. Ja, für mich auch schon, gegen Gitar. Danke. Ja, der ist auch unglaublich, das ist ein Schwein. Ohne Scheiß. Du bist unglaublich. Du bist unglaublich. Du bist unglaublich wieder. Einfach ein Schwein. Einfach ein Schwein. Aber so richtig. Schau dich an. Du bist ein Schwein. Seitdem ich, seitdem er so ein Schwein ist, als ich nur noch pute. Das ist unglaublich. Ah, ihr weißt, wie lange ich gebraucht hab, die sich draufkommt, dass pute jetzt der weibliche Trudan ist. Habt ihr den Trudan schon mal gesehen? Der hat die Eier am Kopf. Der Kugel wird einem nichts mehr beigebracht, ist echt so. Ja, der hat die Eier am Kopf. Naja. An der Goschen hängen. Keiner mag mehr, außer Agirum, keiner mehr mit mir Meucheln spielen. Mo, euer Ich? Ja doch, du. Ja, okay. Du bist aber auch Sebastian. Was heißt das? Der ist der Pellename. Du bist ein ganz besonderer Junge. Ja, du bist ein ganz besonderer Junge. Ein ganz besonderer Junge. Ein ganz lieber. Na, lieb nicht. Lieb nicht. Boah, Alter, der 34er ist ja arm. So ne Scheiß grad. Ja, warte mal. Welchen Modus spielen wir? Ah, defack, dann spielen wir jetzt. Yeah. Hey, komm doch. Was? Ich dachte wir spielen. Wir sind in die gleichen Dings noch mal reingekommen. Mit Kalexa. Mann, ich wollte Dominant spielen. Ja, dann. Was soll ich machen? Boah, Alter. Da ist jemand gewaltig ist nicht im Stimmenbruch. Ich bin ein Call of Duty Fanboy. Drei. Okay, ist schon genug. Wir müssen halt dich immer noch auf. Alle, alle. Ja, ich nehm noch auf, ja. Achso, achso, ja, okay. Ich schneide das im Nachhinein, weil ich hab da keinen Bock drauf. Zwei. Zwei. Drei. Na fast. Eins. Zwei. Drei. Oh, wer hat jetzt nicht mitgemacht? Wer hat jetzt nicht mitgemacht? Das war der Felix. Boah. Boah. So, jetzt lauf ich auch mal mit. Ich lauf einfach den Qudan nach, der wird schon richtig sein. Und dann sterben beide. So, zack, zack. Schlezi, schlezi. Schlezi, schlezi. Schlezi, schlezi. Äh, Leute, ich bin ein Ziel. Jetzt hab ich Angst. Ja. Ich lauf einfach den Legendary nach, dass wir schon irgendwie passen. Der wird schon wissen, was er zu tun hat. Ja, ich bin tot, also Legendary, die folge ich nicht mehr. Ja, keine Sache, ich hab das gerechtigt. Ich hab den betreut. Oh, toll. Ich schätze nicht, ob einer hinter mir ist. Aber ich glaube, ihr habt es gut gemacht. Ich hab's euch gut für mich geopfert. So, ich diskutiere dich. Alter, dreier Betäubung mir. Alter, was schon los? Was schon los? Was schon los? Was schon los? Da, los. Jawoll, wir haben gepunktet. So, da ist gleich ein Nachwuchs. So, die erste Aufnahme war ja ein bisschen lang, weil ich deswegen renne ich jetzt hier mal ein bisschen mit, weil... Das ist ja... Da, da bleib ich mehr verteidigen. Alter. Ich reise zwar ähnlich, aber das ist ja scheißegal. No, 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 du fischst alle. Ja, Anna, das ist sowieso. Das ist ja schon gang und gäbe bei mir. Jetzt... Nein, du! Alter, der pistelt mich auf einen halben Meter, jetzt ehrlich. Ja, was? Oh, toll, Nonim hat mich gegräbt. Crabbed. Alter, auf einen halben Meter mich pisteln. Warum sagt ihr euch eine Crab? Was heißt Griff oder Grip? Crab gibt's nicht. Oder fiesten, kann man so auch nennen. Check, let's play, man. Ja, das ist das, das würde ich gerade sagen. Weil wir jeden Tag mit Simon skype, dann... Äh... Ich hab schon Feuer gesehen. Okay, hol dir das Artefakt, ich diskutier dich. Warte, da ist es einer. Ja, ja. Oh, da hat's gekriegt. Nein! Oh, Offensive Smokko, betäubt. Oh, ja, toll. Alter, ich bin richtig drauf. Nein, ich hab abgelehnt! Hure. Ach, sorry. Scheiß Offensive Smokebomb, Bob. Egal. Naja, den fieste ich jetzt so her. Ja, vergisst das Gleit mit ihm nicht, ne? Ich warte, wie er bei der Grenze ist, dann betäub ich ihn so, dass ich auf der anderen Seite der Grenze ist. Ja, danke, ich hab einen Turf, das denke ich veroffen. Was macht denn der da eigentlich? Na, geh weg. Geh weg. Mach dich nicht. Komm, komm, komm. Nein! Noch, es geht eigentlich noch irgendwie. So konnte ich jetzt die Aufbombe nicht mehr werfen, weil ich dachte. Hihi, ja, ich hab's. Alles, hoffen. Bist du tappert! Fuck, wie viele waren da jetzt? Drei Stück, ich hab alle drei betäubt. Ja, toll, hab ich betäubt. Nur durch einen Knallkörper, drei Leute betäubt. Ich glaub, du verstehst eskutieren falsch. Ja, ey, ich hab die Betäubung abgesandt. Dann kam der vierte und hat mich... Der vierte hat mich getötet, Alter. Alter. Jetzt kommt sie wieder. Alter, was machst du so? Alter, komm doch, ich hab doch Schildrechtszeit immer noch aktiviert. Das gibt's doch nicht, ey. Alter, drei Verfolger. Ja, komm und wieder in der Elft. Ja, ich kann da nix machen. Das ist brutal, was da gerade geht. Ja, weil die campen alle dann an der Basis mit ihren kleinen Schwänzen da. Und lutschen sich jenen davon. Das bringt nichts, ich meine, wir führen ja. Das stimmt. Hm. Das ist genauso wie in... Wow. Das ist unsere Basis. Äh, da kommst du ja nicht ran. Wie soll das gehen, Alter? Alter, der gräbt mich schon wieder. Die greifen aber auch kaum an, ey. Weil die einfach... Ja, wo ist der denn? Ich hab den schon gesehen. Der ist blau da und... Blau. Na, ehrlich? Was, wenn wir alle gemeinsam angreifen? Lohnt sich da irgendwas? In diese Richtung? Ja. Ja, dann los. Ja, warte mal. Ich will den einkriegen, der in unserer Basis ist. Nö. Doch, ich will das. Ja, der ist jener Nähe, wo ich war... wo ich bin. Das ist ein Ziel. Okay. Ja, okay, dann greifen wir halt an. Ja, ich hab'n. Das darf nicht wahr sein, ey. Ja. Ja, jetzt können wir angreifen. Ja, du darfst nicht alleine angreifen. Okay, ich bin... ich bin bei ihrer Basis. Ich hab' eigentlich alle außer Gefecht gesetzt. Also ich hab' geguckt, waren drei Leute, die gleich auch sahen. Knallkuprein gewünschen. Ja, aber warte. Nein, eben, ey. Bleib' noch irgendwo versteckt. Wo sind Leute da Güter? Ah, ganz hinten. Ja, ich komm doch. Mein Gott. Ich komme. Unlocken, cool. Oh, ein Deck. Ah, da kommt's ja schon. Okay. Oh, oh! Ja, Offensive Smoke Bomb schon wieder. Jawoll! Batsch nicht, bleib' hier, dann kannst du gleich wieder betäuben. Nein! Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. Komm von oben gesprungen und macht laut Lust. Jawoll! Läuft mir jemand nach? Kelixer. Das ist der größte Noob. Also wenn ihr Kelixer seht, einfach mal eine Hass-Mail schreiben. Na, ich war'n! Wie komm' da... Warte, wo, wo... Wofür? Schieß' dich dann fuck schon mit dem Rufmesser ab, Hure. Wär' ich denn jetzt nachgelaufen? Ich... Ich glaub' die sind alle von euch gefisert worden. Alter! Kita, Alter! Hast mir grad den Aufzug gestohlen. Du hast mir grad den Aufzug gestohlen. Ja, die Fresse. Boah, jetzt betäub den. Ich hab' den auch betäubt. Ja, warte. Ich mach' den auch gleich. Wir machen jetzt hier alle ein auf Arschloch. Ja, aber ich wieder... Was? Ah, ich hab's. Ich glaub' das geht am Dach nicht gescheit. Schau mal, wie viel haben wir machen können. Was war jetzt? Was zu... Ja, was... Warum? Was zum... Was geht jetzt? Ha! Ja, toll, jetzt hab' ich Knallkörper umsonst gemacht, oder wie? Nee, glaub' ich nicht. Wie wir alle dastehen und geiern. Nicht mich. Boah. Ich hab' den aufgetaust. Ah, warte. Hey, Fokusbedeum? Was war jetzt! Was zum? Hä! Alter! Der lass mich nicht rein. Ich glaub' der Angst... Ja, ne, jetzt bin ich tot! Ja, ne! Batoy, bin ich tot! Has' ihn noch mal betäuben können? Ja, du es sind jetzt bedeuten. Ey, ihr könnt' immer mal helfen, wie sich hier ein anderer in der Zukunftרךkeitschwelle Der Hellcat Ja das habe ich irgendwie kommen sehen, deswegen auch Rauchbombe, aber das war irgendwie zu spät Ja gar nicht, bist du da? Da kommt noch einer Das war Kerlixer Alter, Hilfe, Hilfe, Hilfe Was ist jetzt los? Alter was zum Ja ich glaube das ist wenn er noch betäubt ist Ja nein der ist einfach schlecht Den kenne ich, der ist schlecht Da hängt noch einer Seht ihr den nicht? Der macht ab dem Paar Oho Ey wie lang lässt sich der eigentlich noch betäubt So jetzt reicht's, aber jetzt glaube ich das Ding, Alter Fuck, 8 reverse drums Die Drops, das funktioniert nicht Wie oft lässt sich der eigentlich betäubt? Wer Der hat am Dach oben Nein, das hätte ich doch wissen müssen Ihr könnt jetzt schon lange betäuben und wenn ich immer machen bin ich gleich tot Ich habe jetzt beide alleine betäubt, jetzt müssen wir ihm mal helfen. Aber eine Frage, wieso betäumen wir den eigentlich die ganze Zeit, anstatt uns die Flagge zu holen? Weil, ähm, das lustig ist. Ich meine, wir fühlen, wir müssen uns nichts mehr holen. Ja, da kommt noch einer. Das sind so ein. Okay, es ist dann Party, sehe ich schon. Okay, da kommt noch einer. Ja, nicht tot, da ist Quatsch, wie der da ist. Ja, klar, ist klar, ist klar. Ich kann nicht sehen, dass überhaupt ist, dass ich die ganze Zeit dann lässt. Rec-Low, Rec-Low, 15. Pass auf, pass auf. Boah, da kommt noch ein, da kommt noch ein, da kommt noch ein Hof. Ja, ich habe ihn im Prinzip. Du musst auch betäuben, den anderen. Ja. Okay, der eine, wie lang bleibt der eigentlich da? Fuck, ist ja nicht. Da steht er eh ganz fett unten, halten sie im Dreieck zum Wider. Ja, jetzt bin ich tot, ja klar. Aber immer schön weiter betäuben, immer schön weiter betäuben. Ja, ja, bin dabei. Jetzt müssen wir ja auch noch mehr Sprengen vornehmen. Pass auf, da kommt einer unten. Habe ich gesehen, aber fuck. Oh fuck, schnell, betäube ich noch. Geht doch. Ah, ich bin auch gleich da, warte. Du kannst jetzt nicht betäuben, gehst du weg. Doch, kann ich. Was? Doch, kann ich. Nein, der andere ist noch. Ah, ja, ich bin wieder da. Ah, offensive smoke bomb. Aber es geht noch. Ja, du musst den links nehmen, schnell schnell schnell. Oh fuck, ist ja so klar. Jetzt kriegt den anderen auch nicht mehr, oder? Ich find's lustig, die folgende nicht-Stun-Parade. Ach scheiße, ja, gegen zwei, ich kenne die Chance. Hast keine Smoke mehr? Nee. Ist der oben immer noch? Pass auf, da kommt gleich einer hoch. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich, ich hab smoked, falls... Ey, wieso konnte ich den jetzt nicht sagen? Achso, ich hab den falschen angesührt, alles klar. Noch 30 Sekunden. Ich hab'n gemessert, so dass der unten bleibt. Warte, dafür saue ich auch mal. Jetzt heißt es, bis du dort dran. Der fällt sich in der Wisch. So, ich hab'n noch nehmen, betäubt der andere ist noch nehmen, dann müssen wir. Ja, was war jetzt? Keine Ahnung. Was soll? Okay. Wo ist denn der andere, der oben? Der kommt hoch. Oh, pass auf. Boah, wieso? Fuck, ich hab noch einen Schritt mehr gemacht. Ich find das so geil. Jetzt fliegt er aber bald runter. Nein, da kommt noch einer. Ja, wir haben gewonnen, passt doch. Alter, die behindertste Runde, die ich ehemals gemacht habe, war lustig. Wieso bleibt der so lang dort? Wer war das überhaupt? Boah, ich hätte an seiner Stelle überhaupt keinen Bock mehr gehabt. Was? Was? Wie oft war das jetzt? Ich muss, das musst du nachher zählen. Wie oft wird er betäubt haben. Hey, cool. Wenn ich Bock habe, versier ich das wahrscheinlich noch mit Texten oder sowas mal schauen. Weißt du Artefakte? Wir haben es doch nur einmal gestohlen, oder? Geil. Gehen wir jetzt raus? Also. Ja, unbedingt. Ich will jetzt was anderes zocken. Ja, muss man kurz machen. Ja, Alter. Du hast 17 Betürbungen, Lukas. Echt? Ja. Wir haben alle. Wir haben alle. Ich hab 17 Betürbungen. Ich hab... Ich hab zwei. Nero und ich? Du, du hast 15. Dann Nero? Oh Gott, jetzt das... Ich hab für... Das Match... Ich hab die meisten Betäuben gemacht. Ich hab die meisten Betäuben gemacht. Ich hab die meisten Betäuben gemacht. Ich muss mir erst noch ein... Er muss noch ein Paket erstellen. Warte mal. Oh Gott, Deathmatch, Alter. Ich spiele einfach immer ohne Smoke in Deathmatch. Nee, komm, Alter. Jetzt muss es schon alles geben, wenn schon, dann schon. Hä? Nein, ich spiele einfach immer ohne Smoke. Der einzige Modus, wie ich richtig mit Smoke spiele, ist Dominanz und Meucheln. Ja, aber in Deathmatch, Alter, ist ne Smoke Pflicht, Alter. Ja, aber was mach ich jetzt eigentlich? Ich hör das Flüstern nicht. Äh... Das ist ne ausgesprochen... Ich sag da dann immer, wenn ich dann Verfolger bin, ok? Genau, ihr müsst zwar alles sagen, wenn ihr beim Verfolger seid's. Oh, das ist jetzt echt blöd. Oh, ja. Ja, geht das Match doch mal los? Was ist da los? Ja, ich brauche auch ein Paket. Eins war gelöscht. Ich muss auch das meinem... Mach das doch während die Suchen, das dauert doch mal ein bisschen. Ja, ich bin fertig. So. Legst du das dann alles aus einem Part hoch? Mhm. Ja, aber bei mir kommt morgen ein 50 Minuten lang mit dir. Oder übermorgen. Ne, so lang mach ich nicht. Das ist, äh... Scheiße. Also, ich... Ich hab's mal ausgerechnet. Ich werd ungefähr, äh... 21 Stunden brauchen zum Hochladen. Ok. Na, ist eh nicht lang. Geht noch. Ja. Liegt noch im Rahmen. Ja. Oh Gott. Schon wieder irgendwelche Leute mit dem Stimmenbruch. Das gibt's ja nicht, ja. Komm wir jetzt gleich in so ne Post-Sitzung? Was... Was soll ich machen? Wir sind alle gegrouped, ja. Alle die Spieler hier. Ha. Ok, fuck. Das ist einer meiner Hass-Maps und alles Only-Praysteam. Mal schauen, was ich reiße in meine Lieben. Einer ist raus. Bei unserem Glück wird wahrscheinlich ein... Typ wie Aguero nachjoinen. Das wird dann spannend. Wenn wir Meuchten spielen, Aguero jointen nach. Ja, Mann. Ja. Der ist so ne Fehler, ey. Kann man jetzt gleich... Calyxer schon wieder gewinnen. Der joint mir die ganze Hände nach. Warum hast du ihn auch als Freund? Wer ist das? Na, das ist ein Klassenkamerad von mir. Der ist richtig... Ach so. Der ist richtig korrekt drauf. Normalerweise... Normalerweise... Der hat keinen Skype. Der ist einfach zu blöd dafür. Und deswegen telefonieren wir immer. Was machst du eigentlich, wenn er das jetzt hört? Ja, das werde ich ihm auf jeden Fall schicken. Der... Der ist... Der ist... Der ist direkt drauf. Der wird das verstehen. Ich höre direkt zu flüstern, ey. Ok, ok. Ich habe zwei Verfolger. Willst du mich verarschen? Spielen? Hör auf damit. Warte, wie mache ich das jetzt? Alter, ich habe keinen Bock. Hört sie was von meinem Fernseher? Jaja. Scheiße. Geh mal nach. Fuck, ey. Oh fuck. Weißt du was von meinem Fernseher? Boah, alter. Nero, das war der Dropstun. Bitteschön. Ja. Das war der Dropstun, alter. Ich dachte es mir gerade. Deathmatch? Ja, jetzt gerade schon. Was ist denn das? Oh fuck, ey. Ich habe mich abgerollt und konnte nichts mehr machen. Erstmal, erster Stun bei Nero. So was gehört zu. Dein Deathmatch funktioniert jetzt nach 100%. Ich habe gerade einen Griff bei deinem Klassenkamerad gemacht. Ach. Der ist auch ein Noob. Der ist total Noob. Also der ist... Ne Quatsch. Ich habe denen das alles nur ein bisschen beigebracht. Aber der kann einfach nur... Alter. Boah, ich höre das flüstern aber auch nur leise. Weil... Weil... Laut und so. Alter, wo... Indiana Bitch? Wo ist Indiana Bitch? Wo ist Indiana Bitch? Wo ist Indiana Bitch? Wirklich. Calixern nimmt immer den Priester. Das ist richtig schlimm. Nimmt immer diesen hässigen Priester. Boah, alter. Kriege ich einen Luftattenfall. Mann, ich habe es gesehen. Alter, wo ist die Indiana Bitch? Ach, da hinten. Ah, Legendary. Ich bin nicht gut im Deathmatch. Ich habe bis 2. Weißt du? Erster. Das weißt du? Das weißt du? Ja, das wird nicht lang halten. Ich habe... Oder mit dem ewig langen Penis. Ey, du warst für mich unsichtbar. Und Fokus kriegen. Und dann... Kommt die Kirmation und du probierst immer da, ey. Ja, ja, ja. Ist gleich versteckt und lautlos und ich komm nicht so wach und Fokus. Geil, aber ich habe das viel zu tun. Scheiß, er hat mich vergriftet. Fick dich. Ah. Fick dich. Guck mal, wer der ist? Hallo. 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 Ah, ja. Ach, guck mal. Wo ist der Priester, Alter? Ach, da, oder? Der ist immer auf dem Dach. Das ist richtig schlimm. Oh ja, Alter. Der ist auch keine Ahnung. Der ist nicht auf dem Dach. Der ist da drüben. Ach so. Der kann... Der kann auch einfach nur Meucheln. Ist es einfach so. Wer hat ein Glas und Kamerad? Ja, der ist... Ich habe dir auch nichts anderes beigebracht. Ach du... Ich wurde vergiftet? Von wem, Alter? Wetten, das war gut da. Jaaaa! Nee, nicht mal. Das ist so ein Glück, Alter. Ja, wo fährst du das dann, ne? Ja, aber das war halt schon arsch knapp. Außer, diesmal war ich wirklich nicht mit dem Giftkill hier. Karge. Sonst... Hätte ich gar nicht erzählen. Auftrag verloren. Ey, Alter. Ich hasse diese Mappe. An ihm muss klären. Aha. Justin Bieber ist mein Verfolger, ist klar. Ich weiß noch nicht wer denn spielt. Geh doch weg! Oh Mann! Wo ist der? Alter, wer schreibt da die ganze Zeit in Skype? Ja, ich merks auch grad. Mann! So cute, wie Merchants die Telephones. Super. Ja, wir hätten vielleicht das aus der Sex-Combie rausgehen sollen. Mann. Ganz ab, das nervt. Mann, das nervt! Bloop. 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 Hat irgendwer von euch schon mal einen Griff? Jetzt! Der killt mich schon zum dritten Mal! Nein! Oh Mann! Was ist denn das? Das geht was, Carrie! Komm mal ganz gechillt auf mich! Ich geh erstmal deine Rauchbombe entlockt und dann auch noch schön akkobatisch. So soll das sein. Ich dachte eigentlich du springst weiter, deswegen auch die Rauchbombe. Komm her! WAH! Du bittest's gehöler?! Ernsthaft jetzt?! Fick dich Felix, du wirst kannst den Legendary töten! Oh Mann! Todesstoß! Also, Testmatch macht mir irgendwie Spaß! Das ist ja auch ein geiler Modus! Weil der auch nichts anderes kann! Nein! Nein! Ne, es ist ein geiler Modus! Wenn man mal drin ist und eingeübt ist, macht's einfach nur richtig Laune! Kann ich euch nur empfehlen! Oh mein Scheiß! Was?! Aber irgendwie passt da auch irgendwas grad nicht mit, äh, weiß ich nicht! Mit dem Bild! Manchmal sind Leute einfach wieder weg! Ich versteh das nicht! Ja, das bei mir auch! Sag mal, Felix willst du mich verarschen? Jetzt komm her! Hä? Wo zur Hölle ist der Güter? Ah, sicher! Kommt der! Kommt der alle! Fick euch! Hä? Ey, geh sie nicht durch, Alter! Also, jetzt auch Smog machen? Nein, ich mach's nicht! Also, ich find Oh Smog im Deathmatch jetzt nicht so schlimm! Okay! Ohne Scheiß Leute, Smogt wir wollt ohne Mistgrad! Ah, Mann! Alter! Ich hab zwei Verfolger! Felix und wahrscheinlich nie! Moment! Ich probier! So, da ist jetzt! Wer hat denn zu Forgest Man? Nee! Nee! Oh, Alter! Ja! Das ist schön, Felix! Das ist schön! Ey, das ist so behindert, ey! Ey! Boah, ich spiel grad Scheiße! Hey, du! Wer schreibt da eine ganze Zeit? Schade, schade, ey! Verdammt! Es war knapp! Jetzt hab ich was in meinem Fernseher? Was? Die sind die Anna Bitch spielt aber gar nicht mal schlecht! Ja, die hat die, die hat mich, die hat mich, die hat mich, ich hab mich in der Kindermaison hingelaufen, sie mich trotzdem noch kriegt. Ey, ich habe die Bettelung schon ganz schön. Oh, ja! Ganz ruhig! Ich hab's extra schnell gemacht! Das ist mir, ehrlich gesagt, egal! Was ist denn? Jetzt komm her, die Anna Bitch! Ich kann doch das jetzt! Ja, komm! Ich mach' bei den Jobsern, nein! Du willst nicht weit springen! Dann mach' ich bei den Jumpstern, nein! Ey, ohne Scheiß kill ich den Fall schnell! Ich hätt' dich betreiben können! Aber du bist gekillt worden! Ja! Von Marth Puyo! So! Zweifel, jetzt mach' zweifel Folge! Jetzt ernsthaft, was? Ey, weißt du, du schreckt einfach rum! Ja, und du wirst fast nie tun! Wer ist denn der Erste? Alter! Ich hab' auch noch... Ich hab' auch noch... Ich hab' auch noch... Ich hab' noch einen verlockt mit meinen Knallköpfern! Ja, mich! Geil! Wo?! In mancher hab' ich echt Stresst, die Leute zu finden! Boah, ich hab' gar nicht gewusst, auch so gut! Sag' mal! Nee! Ich hab' den Allee... hat die Legendary gegräbt! Oh! Boah! Soll' ich denn schon wieder ne... kleine Nachricht schreiben? Ahaha! Boah, Alter! Ich find' die Leute hier nicht! Darnio! Das war'n Jumpstun, aber du hast wahrscheinlich auch nicht vier gedrückt, ne? Nee, nicht unbedingt Jumpstun, oder? Ich mein'... Nee, du hast auch nicht vier gedrückt, deswegen... Du hast es ein bisschen verpeilt! Ja, komm' Alter, ey! Nee! Ich hab' kein... Verfolger und kein Ziel, das liebe! Ich auch nicht! Boah, ich hab'n Ziel, das ist voll mit Verfolger, Alter! Jetzt macht der... Ich auch! Dann haben wir die Gleiche! Ja, wo ist die denn, ey? Die ist sicher unten, Alter, ohne Scheiß grad! Du willst da nicht spielen! Nee, da unten nicht! Das gibt's ja nicht, wo sollen wir bitte sein! Nice, ey! Fuck, sie hat mich beträubt, Alter! Sie hat mich schon die ganze Zeit neben mir, die hat mich auch naked stammen können! Boah, jetzt komm' einfach mal her, du Bitch! Jetzt hab' ich keinen Bock mehr hier, mich anzuschleichen! Boah, ey! Du bist ein... eine kleine Male! Ich kann das beschreiben, ey, da! Ich battle mich die ganze mit dem Ersten! Oh, sie ist gleich die Erste! Boah, wo ist die? Das ist unglaublich, ey! Ich hab' vier Verfolger! Ne, drei! Einer davon bin ich! Sehr super! Aber ich spiel' so'n Scheiß zusammen! Hallo! Hallöle! Hallöle! Ja, ja! Hallöle! Fick dich! Nein, ich hätt' dich einfach rumkriegen können! Ah, Mann! Ja! Fuck, da hat er mich gegräbt! Hat er mich gegräbt, dieser Wichser! Jetzt sind wir gewinnen! Ohne Scheiß! Wer? Wer ist das oben? Boah! Nee! Tequila! Ach du, Texila! Tequila! Nein, was mach' ich denn so? Aktivier' ich Anime-Schild, dich Idiot! Genero, was ist los? Ich hab' dacht' das ist dein Modus! Ja, Alter! Ich werd' hier grad voll gefickt! Das ist krass! Dabei bin ich nicht mehr in Laune! Wo bist du schon wieder? Ey, Felix! Der versteckt sich echt gut! Ja! Osmo Baby! Fick dich! Fick dich mit deiner scheiß Osmo-Dürmer! Holst du mich auch noch mit tausend? Willst du nicht verarschern? Einer muss das reden! Und dann der auch sagt, das ist okay! Ja, also ich find's okay! Ihr lebt ja nicht nach euren Sex-Glan-Regeln da oder was auch immer! Ja, genau! Naja, es ist eigentlich die Community-Regeln! Naja, mich interessieren die Community-Regeln so viel wie Arschritzer, Alter! Ohne Mistgrad! Wow! Okay, der ist echt nice! Der Deck ist wieder! Ja, ja! Aber auch ein fleißiger Hochbomba! Ja, klar! Alter, er braucht Wurfmesser plus Rauchbombe, um mich zu töten! Sie verholt er mich wegen dem! Nein, geht da! Felix, du! Alter! Was hast du gemacht, ey? Ich hab' die ganze Zeit einfach wirklich dritten wie Scheiß bei Deathmatch! Aber... F***! So! Egal! Egal! Kommt, eine machen wir noch! Komm, Alter! Da, oder? Ja, moicheln, oder? Ja, komm, lass noch eine Runde Deathmatch und da machen wir noch moicheln! Aber in der Lobby? Ja, ist doch scheißegal! Wir brauchen nur eine andere Map, die Map ist halt auf den Arsch! So! Aber gegen Kixi, ja! Etwa so scheiße eben! Wie heißt Banta, die ganze... Das ist kalt! Das ist, äh... Sex macht einfach beschäftigt! Wie geht das wohl klar? Äh... Oh nein, das ist meine Müsse! Relativlich... ...drop die DSL! Und sie soll einfach mal halt die Frise halten! Die klingen alle ungefähr genauso wie ich! Achso, welche Karte? Äh... Ich bin für Handplantage! Ich muss noch mal noch spielen und dann mit dem... Ja! Ja! Mariana, folge mich! Oh man, oh man! Boah, Schnauze da drinne! Ja, okay! Sonst gibt's kein Berg! Ja, Alter! Ich hab bald wieder 20k! Endlich! Ich kann endlich das dritte Paket kaufen! Nein, das zweite erst! Boah, ich find das immer voll zäh, dass man so lange warten muss, dass man endlich jemand muten kann! Alle Aachen stimmen! Ja, wenn man auf YouTube oder bei YouTube spielst! Ja, alle Aachen stimmen! Alter, die labern, die labern und keiner will die hören und trotzdem labern die! Ja, das... Boah, das regt mich immer extremst auf, sowas, ey! So, jetzt nehm ich hier mal meine Rotröckin! Ich mach´s doch eigentlich Rotröckin, wenn der gar keine Rautgarn hat! Wähltest du was für einen Wegenden Sailor? Äääääh... Öäääh... Ja, ich denke mal, ich bin so ein No-Life-Forever-Alone-Typ. Der ist gerade so stumm, was los? Nee, ich muss mich wegen Test-Match total konzentrieren, weil ich jetzt so confusing. Wie du dich über mich aufgeregt hast, nur weil ich dich getötet habe, Nero verlockt habe und so. Also ich rege mich da, ich gesagt, nicht so auf. Keine Ahnung. Ich bin der Mensch, der sich auch aufregt. Oh, ich habe kein Lexus erzählt. Musst mal sehen, wie ich mich in... ...meu ich den aufrege. Das ist unnormal. Das stimmt. Aber wieso gibt es hier 10.000 von diesen weißen Indiana-Doppelgänger, wenn kein einziger davon mitspielt? So, erstes Blut. Mann! Jetzt lade ich dem die ganze Zeit nach. Boah, ich weiß echt nicht, welche Figuren wir drin haben. Ich schaue immer nur auf Güter und gehe als Canary auf dich, alle anderen sind ja scheißen gar nicht. Nee, nee, die sind auch Prestige, da musst du alle im Kopf haben. Na gut, Prestige sagt ja nichts aus, aber das ist nicht. Nee, das zippt mich an. Geh, komm. Okay, da hätte ich mir Animo-Shield sparen können, da hat's ja nicht mal gemerkt. Ja, jetzt läuft's irgendwie gar nicht. Ey, guck immer in die... Immer die falsche Richtung, das ist... Genau, wenn immer einer kommt, das ist immer so. Ey, sitz am Arsch mit Deathmatch, ey, ich kann mir mal einen Rohnsack gelecken. Güter? Nein! Ach, du warst das. Na ja, du sag, ich hätte Güter... ...ikog nicht, du Fokus nehmen können. Ja, du sollst ihn nicht nehmen, du sollst ihn töten, weil nehmen glaube ich nicht, dass er das will. Oh ja, er steht voll drauf. Mann, das war jetzt. Alter, wieso gibt es hier so viele von den Indianern? Den weißen. Keine Ahnung. Das hast du jetzt aber überhaupt nicht getrackt, oder? Nee, nee, ich war auf drei Verfolger und das war... Ja, ja. Ich hab falsch richtig geguckt und ich war total fertig und... Eieieieieieiei... Das hat mein... Leben... Okay. Ja, verkleiden kann ich mich selber. Sack. Oh fuck, Alter. Es war leider zu spät. Ich hab's... Ich hab Angst, das Flüstern ist ganz laut. Boah, da was ist jetzt los? Oha. Funktioniert mit Flüstern doch weniger als ohne. So... E-Maskanary. Mann, nee. Ich bekomm keine... Ah, jetzt. Ja, immer wenn ich lauf. Ja, das passiert mir aber auch ständig, du. Genau dann bekomm ich ein Ziel. Ach, fiegelig, ey. Ohne Scheiß grad. Er kommt wieder angesleidet, der Dillang, der we are. Okay. Schön wieder leck. Zwei Wurfmesser hab ich reinbekommen. Ey, so geil wie der... Wie der Felix hier... Warte... 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 Ohne Scheiß grad. Na ja. Und dann kommt er so ganz locker von hinten angetarkelt. Mann ey. Komm! Boah. Ja, Alter, wie sie rennt er über der Map, wieso zwei Schlampen ey? Nein. Warn, ja klar, ich jetzt einfach wieder weg. Jetzt geschickt, ich dachte, ich kann bei ihr Gift anbringen. Nein. Meere spielt mit Schild. Ja klar, Alter. Ja, ich wollte echt erst Wurfmesser machen. Ja, die wären, die wären besser gekommen, ja. Ja, wo ist denn die Blondschlampe? Ja, die ist so hier auch grad, ne? Die ist auch klein, Leute. Das ist ein Köder, oder? Ja. Habt ihr die direkt drauf? Ja. Fick dich. Was? Ich war schon lange weg. PRR-Texida. Ich konzentriere mich total auf mein Ziel auf einmal. Ja, das ist es ja, du brauchst den Deathback Multitasking. Hahaha. So geil. Oh. Ich hab auch gerade gar kein Flüstern gehört und so, also ich hab's total verfeilt. Oh shit, aha. Na dann komm mal her. Ja, so einfach ist es auch wieder nett. Fütze. Ja, danke, danke. Mach, Alter, mach da. Vor meinen Kindern, vor den Augen macht er hier schön akrobatisch ey. Ja, ja, ja. Das ist Prediger. Der Kalyx, Alter, meine Fresse. Der Kalyx, ja? Der Prediger ist ja der Klassenkamerad. Ja, genau. Der ist total ein Noob. Nein. Ich bin der 3. Ich hab nicht okay, ey. Ach komm, Kamierskonare, ein bisschen mehr Kreativität. Nein! Alter, mach der voll ne Bomb. Ey, ist das jetzt unnormal oder ist das unnormal? Normal. Ja, aber wieso bombt der einen Unschuldigen? Das war... Das war so gemein grad. Kann ich die jetzt mal killen? Was mach ich denn, ey? Boah. Ja, toll. So. Ich wollte dich die ganze Zeit vergiften. Ich renne an dir vorbei. LL2, L2. Nichts passiert und da kannst du mich einfach betäuben. Ey. Fick dich hier. So, leck mich. Ja, hier. So klein, ne? So gelitten. Komm, lass mich sie killen, danke. Nee. Nee. Oh, voll vernichtet. Alter. Denk ich, der kacke Indianer ist das der Beißers. Nee. Weil sie... Die Dixiler finde ich immer am wenigsten. Wo ist die? Ah, irgendwo drin. Ja, betäubt! Kein Problem, hab ich doch immer gerne gemacht. Danke, 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 danke. Aber es war aber leider kein Versteck dabei. Sonst wär ich erst da. Ja, verpiss dich Nero, ey. Nein, ich hab den Fall schon erwischt! Wie kann man mit nem Wurf besser das daneben vorbeischießen? Fuck, Jumpstun funktioniert in Deathmatch einfach nicht. Nee, funktioniert auch nicht. Es funktioniert nur im Mäuscheln, ey. Kacke. Oh, Aus-Smoke, alter. Hassen tut sie jeder, aber machen tut sie dafür auch jeder. So gut wie jeder. Also, ich mach's denn nicht. Nein! Nein, ich wollte grad töten, verdammt. Nero, du hast... Wie? Nee. Ja, ich bin siebte und hab drei Verfolger. Boah, ja, das hasse ich auch immer voll. Die wissen halt, wer der Bro ist. Ja. Mann, Nero! Echt? Ja, ich kann doch nix dafür. Wenn ich dich... Doch, du kannst ja einfach vorbei gehen, aber... Ja. Nee, nee. Was, das war er gar nicht? Er ist sozial. Ach, der Priester. Moment, jetzt probier ich bei denen im Corners dann. Klappt doch ja denn nicht. Müsst du eigentlich nicht, sonst wäre ja... Nee, der hat die Spielsitzung verlassen, alles klar. Ah, ja, kackt. Ach, Mann, nee. Ey, wo ist denn die Blondschlampe? Wie ich die Fähigkeit Maske einfach nur hasse? Weil du damit einfach nicht rechnest, ey. Woher? Weil du... Ich hab gesehen, wie du den Kläger gespammt hast. Ich hab... Ja, hab ich jetzt später machen sollen. Aber ich... Ey, wie der voll... Wie der voll nicht aufblinkt. Oh, ja, ey. Und vorn hast du dich verkleidet. Da dachte ich, da könnte es doch klappen. Ja, der hat mich noch vergiftet. Haha. Ich hab den vergiftet. Was? Come on, ey. Was sterben da alle, ey, da? Ich hab doch vergiftet... Ja, du bist gar nicht so schlecht in der Fähigkeit. Du gehst doch eh gut ab. Ja, trotzdem bist du es. Ich mag es nicht. Ja, okay. Ich mag es euch auch nicht. Klar, du liebst das. Was? Alter, ich... Wer dann? Alter, wer messert mich die ganze Zeit? Jetzt kann ich... Jetzt kann ich wieder Rauchenbombe reinnehmen. Wollt mich doch fahren. Ey, ich spiel so'n Scheißstar, das glaubst du nicht? Oh, Mann. Äh, gehen wir bis TNL jetzt? Alfk, oder was? Nögerlich. Entfernt er ja, oder er auf die 50. Oh, Gott. Ey, ne, jetzt oder vor der Nase. Calixter ist jetzt offline, okay. Ist das jetzt offline? Ich weiß nicht, der muss wahrscheinlich weg oder so. Kann auch mal. Das war schon wieder zu früh. Mann, ey. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Ich bin richtig saudo. Ich will mich noch nicht räumen lassen, ich hätte viel mehr Punkte gekriegt. Ja, Nero, echt jetzt? Und du hättest die meisten Punkte gekriegt. Wieso jetzt? Wieso? Was? Was? Hä? Du hast eigentlich einen Kita gekillt und der war mein Verfolgiger. Ich hab die Rauchbombe geworfen. Ich hätte ihn jetzt beträubt, nicht, dass du ihn... Ach so, ja, stimmt. Ja, ja. ...gau ihn du kehren können. Versteckt sogar, da war sogar ein Ding, ja. Ja. Hihihi. War so klar, ne? Wieso hab ich die Snacker verlob? Ey, warte. Ich will da anbisschen und... Boah, wie ich mich das anbisschen manchmal langkotzt, ey. Ist aber so. Ja, Alter, ey. Die kommen immer an. Sie ist schieskilled, ey. Oh. Mann. Was... Na, ich kann das verfolgen. Ne. Boah, wie mich die... Wie mich das anbisschen grad. Ich hab irgendwie grad den Hack stolen. Ich weiß nicht wem, aber ich hab irgendwie grad den Hack stolen. Ich weiß nicht wem, aber ich hab irgendwie grad den Hack stolen. Boah. Ey, kannst du den in den Modus jetzt abgerutschen? Ich spiel jetzt nie mehr, Alter. Grad war noch okay. 10, 10, 10. Ach, übrigens, gell, wenn ich ihn Meuchlin unabsichtlich irgendwie... Opa und Plus Anlockmacher, dann hab da das zu verschmerzen, weil ich mich da nicht auskennen. Ja, er hat bei mir gemachtes Werden eh nicht schreitig. Ich werd nur die Pistol auspacken und ich will man hier schicken. Boah, weh, 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 weh. Und zuerst der Osmo. Neh, aber ich, ich mach das einfach aus Reflex, Alter. Mir ist es so kakigai, wo er den Meuchlin Brauerei machen. Echt nicht, ja. War zu spät, 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 ja. Ja, aber jetzt ist ja... Ist der Kameis Canary wieder da? Ja. Ah, okay. Ich fahr die ganze Zeit da. Ja, aber wir haben dich nicht gehört. Ja, weil ich... Ja, weil ich... Ja, darum, aber ich bin letzter, ist ja... Aber es wenigstens erster von hinten. Tag wenigstens mein Leben. Wenigstens kann ich dann keiner von hinten nehmen, wenn er letzter bist. Was für ein Paket brauche ich bei deinem Meuchlin? Gibt's viele. Äh, verklein und moneybomb wäre am besten. Was? Ja, moneybomb ist zu overpower... Ja, aber moneybomb kannst du auch... Nero, Nero... Nero, also... Kagiyoshi nimmt bitte nicht moneybomb. Das ist manchmal viel zu overpower. Das ist echt krass. Ja, und offensiv ist das echt voll mies. Alter, das ist... Junge, dann bist du sofort totgehatet. Das war schlabert dir, Alter. Ja, weißt du, was du mit deiner offensives moneybomb alles anrichten kannst? Alter, ganz ehrlich, machst du einmal offensives moneybomb. Ich leg auf, block dich und rede nie mehr mit dir. Wirklich, es ist... Nie wieder. Okay, dann nehme ich mal die moneybomb mit. Ja, das ist so... Alter, das ist so... Das ist... Weißt du, was du jetzt machen musst? Du musst Rauchbomb und Moneybomb nehmen. Alter, verpiss ich. Dann machst du... Dann machst du ne O-Smoke und ne O-Moneybomb. Ja, ja, klar. Ich nehme den Short, man könnte mal unter den Rauch gucken. Ich hab nen Biber. Ich hab nen Biber. Wenn... Lukas jetzt 20k macht, ja, dann... Dann geh ich nicht mehr hängen. Dann geh ich nicht mehr hängen. Lalalalalalalala. Wie du beim Meucheln... Bevor wir überhaupt angefangen haben, fängst du mich an zu beleidigen und zu sagen, oh, wenn du jetzt das und das machst, dann ich fick dich und... So, jetzt werde ich... Jetzt könnt ihr mal zugucken, jetzt werde ich hier alle zerficken, Alter. Weil das ist voll mein Lieblingsmodus. Die haben voll keine Chance gegen mich. Der Nero hat die schwulste Provokation. Ja, Alter. Das ist extra schwulste. Ich hab ja nix darunter anderes. Glaubst du? Haha. Das muss ja schon Sinn haben. Boah, ne. Ich hasse diese Mappe. Haha. Also, jetzt werde ich die nicht ficken, weil ich bin nicht auf meiner Map. Das ist der einzige Grund. Alter, ich hab gleich mal einen versteckten... Ah, versteckt nicht. Aber mal cool. Ist das der Kita? Ja. Äh, lol. Wach zum! Ich wollte doch eigentlich noch die Rauchbombe werfen. Oh, fuck. Ich hab die falsch analysiert. Ah, nein. Ihr seid so gemeine Schweine. So werd ich euch niemals dort sein. Was geht mit dem ab? Hallo, ich bin nämlich auffällig. Komm, du siehst nicht an. Er kann mich abvisieren, aber... Nein! Du hast mir... Du hast mir den Griff versaut. Boah. Alter, ich hasse Resistenz. Ich hasse Resistenz. Hat er dich weg? Hat er dich weg? Ja, Resistenz. Ich könnte mich sogar noch betäuben. Ich hasse Resistenz. Felix, wieso hab ich dich eigentlich betäuben können? Ich hab dich abvisiert, aber... Du bist im Verkehrs. Ich hasse Resistenz. Fick wirklich. Fick dich. Alter! Was hab ich ihn jetzt für nen Scheiß gebaut? Was? Na ja, Mann. Warte, ich muss mal eine Liste gucken. Resistenz gehört sowas von bestraft, ne? Weil das ist einfach... Genauso wie Offensive Money Bomb. Ja, klar. Das gehört alles bestraft. Das ist natürlich klar. Ey! Ja, ey doch her! Was hast du für nen Scheiß-Internet? Was hast du für nen Scheiß-Internet? Ich hab dich betäubt und du steh dazu und benutzt dich Resistenz. Ist doch immer, wo du dich überufregst, ja? Warst du über Resistenz jetzt, oder was? Ja. Das ist doch eigentlich so schlimm, ey. Ja, dass man... Wenn man einen betäubt... So, erster. Fick dich. Was? Na jetzt hast du geschaut. Na jetzt so schnell hast du noch nie einen auf die Fresse gekriegt. Was? 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 Ja, was? Weiß ich auch nicht. Ich war schon in der Killer-Animation vor allem. Dann hast du ne Scheiß-Internet-Verbindung. Weil bei mir warst du eigentlich nur hinter mir. Mann! Mann! Ja! Jace-Killing! Sonst noch! Was hätt... Du weißt schon, dass ich ja die Rauchbombe hab, gell? Ist schon wieder hier? Ist schon wieder hier? Scheiß aus... Fick dich, Nero. Du hast Ausmaug gemacht. Ey, wie? Du warst doch in der Killer-Animation, Alter! Ja, schönes Ding. Wie konntest du mich da anvisieren? Alter, ich... Alter, Amateure müssen auch ohne Chance haben. Lass mich doch in Ruhe. Was war denn? Passt mal rechts, okay. Shield euer Leben und zockt einfach. Ihr müsst nach Regeln spielen und ich darf alles machen. Das ist... Meine Fris... Ey, warte! Alter, wie zum Wutzeug ist meine Schwimmer-Fick-de-Rauchbombe-schmissen! Also, ich war gar nicht drin in der Rauchbombe. Ja, deswegen! Was ist das Ding? Mann! Ich hab schon Weihand los dann gemacht. Nein, nein, nein! Kein Gerissen, nein! Alter! Ich glaub, ich bin der Einzige bei dem es leckt und ich merke es nicht einmal. Warte, jetzt! Was ist jetzt? Ich bin beim Anvischen viel langsamer und was weiß ich. Ja, ich schnitt gut. Alter, ich hab gerade so einen übelsten Bug. Hä? Bei mir ist alles in Zeitlupe. Ey, was macht die jetzt? Ey, klein... Ich kann das machen! Das alten Zeitlupe! Was ist denn das? Nein, alter! Versaut mir den schönen Kiel, ey! Alter, was hast du eigentlich hier irgendwie am Start? Du, 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 du... Weihand lagst irgendwie, keine Ahnung. Ja, sag ja! Ich bin im Zeitlupe! Ja, bei mir aber auch auf meinem Bildschirm. Geh, komm! Komm, du bist jetzt weg! Mann, tot! Verfolger entlang! Ey, komm! Ich bin doch noch weit genug weg gewesen. Wie kannst du mich runterziehen? Alter, ja! Nein! Ich kann nichts mehr machen, ey! Aber hier... Boah, die Latenz ist wirklich ein bisschen komisch. Ich war doch eigentlich am Wegrennen gerade. Ey, das ist leider gut auf YouTube hoch, damit man das sehen könnte. Nee, Pistel! Pistel, ey! Ey, das ist viel... Pass ich neun! Pistel! Pistel, ey! Die Zeitlupe gerade! Ich kann nichts machen, ey! Ich bin so langsam! Wer ist da oben jetzt? Ach, ja! Gitter! Ey, ich bin Zeitlupe, ja! Ich kann nichts machen! Hallo! Ich kann nichts machen, ey! Oh, Legend, du bist ein Sack, alter! Lass mir doch den schönen Kill, ey! Ich hab gleich zwei schöne Kills gekriegt! Ja, das meine ich, aber ist ein bisschen ein Sack! Lass mir doch die Freude! Haha! Das ist ein Wahnsinn, ey! Ja, ja, so sind die Österreicher! Haha! Weil... Warum brauchen wir zum Let's Play, wisst du? Geh weg! Ja, bekriegt ihr drei euch mal! Ich kill dann den letzten! Alter, was... was... Der ist neben dir und will dich nicht töten! Diese Logik! Ja, und jetzt kommt er, oder was? Ja! Haha! Bam! Habe ich wunderschön gemacht! Wird mir aufgefallen, wirklich! Alle sagen zu mir, sobald die mich sehen, geh weg! Ja, wir wollen mit dir nichts zu tun haben, weil es ist voll unnormal und so! Also, ich sag das eigentlich immer, wenn einer über mir ist! Soll ich ständig geh weg! Boah, Alter, die Latenz ist aber grad für den Arsch! Alter, ich hab dich mit dem Luft jetzt abgeworfen! Naja, jetzt! Ey, Alter, Sander, das ist voll die Latenzscheiße grad, ohne Mist! Ja, ist echt so! Du, du lächst dich neben mir, ich will Frau Hochpumpen, auf einmal bist du zwei Meter weg! Ja, mein ich ja, voll kacke grad war das! So redest du eigentlich Latenz die ganze Zeit! Ich hab Potenzprobleme! Ich hab 5 Meter in der Hose! Ey, ich kann nichts machen! Ey, ich bin... Ist halt nur Zeit, du! Ja, mindestens! Ja, mindestens! Also! Ich kann nichts machen! Ja, ich weiß! Du standst bei mir in der Luft! Boah, wer... Wie sieht mich da an? Ach! Ey, ich renne einfach so, Alter! Ich muss schnell machen, bevor jemand anders kommt! NAAAN! Ich hab's echt verkackt! Alter, ich hab Gift mit und hab's kein einziges Mal eingesetzt! Ich bin auch ein Vollidiot! Ja, typisch Meikel! Ja, ich schießt der mich ab! Was ist das für ein scheiß... Xer... Xeritz-Pretition! Ach, komm! Alter, du... Blüter, weißt du grad was... Wunderwunderwunder, weißt du was grad passiert ist? Ja, ich hab's gesehen! Nein, nicht das! Ich mein, ich hab vorher... Ich hab den ja betäubt gehabt! Ich hab... Hätten Grip machen können! Ich häng schon unten! Und... Dann... Sieh, es kommt dieser komische Bug, dass er während der... Äh... Betäubung einfach... Weg ist! Also, das war... Er war ungefähr ein... Das ist ein Scheiß! Ja, ich kann nichts machen! Ja, aber... Machen wir dann noch eine Runde! Das ist ja Unfe! Der Camer Scenario kann ja gar nichts reißen, wenn er so scheiß Probleme hat! Das ist ja... Weißer! Alter, das ist... Bist aber nicht der einzige in der Mitte! Bei mir legt da jeder Moonwalk hin! Das kann ja nicht sein! Ich hab so Probleme grad! Alter! Ich kann das machen, Alter! Ich kann das machen, Alter! Weil... Den Bug, den hat er halt noch nie gesehen! Ja, Serie! Ich glaub, das sind nicht mehr Bugs! Das sind einfach scheiß Latenzprobleme! Also, wenn das ein Latenzproblem ist, ja? Dann weiß ich auch nicht! Alter, ich kann... Bei mir legt... Bei mir legt schon wieder... Alter, ich kann... Was war das jetzt? Hä? Was war das denn für eine Scheiße? Ja, ich hab abvisiert! Ne, ne, ne! Ich mein, ich konnte nix drücken! Ich hab abgelenkt gehabt auf, auf, auf... Auf stun und auf killen, obwohl ich nix gemacht hab! Was zum... Was zum... Eine Minute! Naja, ich hab ja abvisiert, das heißt, du kannst... In der Zwischenzeit, wo ich abvisier, kannst du nicht drücken! Ja, ja, aber ich hab dich ja anvisiert! Alter, ich hab ihn nicht killed! Ich hab ihn nicht killed! Ich hab ihn nicht killed! Ist das cool! Sebastian ist erster, weil... Boah, aber das ab- und anvisiert dauert bei mir aber auch ein bisschen! Was ich zugeben! Ja, von mir dauert auch schon wieder ewig, ey! Boah, Legendary was voll Oaksmauged! Du hast abvisiert, was soll ich machen? Ja, siehste, das war Oaksmaug plus Unlocked, ja! Du hast abvisiert! Ne, ne, ich war das nicht, du warst das eindeutig! Ne, komm! Was ist so... Geh was in Kärne, was f***! Alter, ich... Alter, bei mir leckt's grad so richtig! Ja, bei mir ist auch alles zum Arsch! Alter! Ich kann nicht schmachen! Ja! Sie sind... Alter! Nö! Hey, ich bin aber wenigstens dritter! Naja, gut, aber ich wär eigentlich Vierter gewesen, wenn der... Camus Canaryon nicht so Probleme hätt! Weiter, Alter! Zweiter! Aber der Felix war echt geil! Er war echt geil! Der Vater, ich kann nicht schmachen! Ich wiss hier nicht ab, du schwebst weg! Schwebst weg! Ey, äh... Sebastian, Sebastian! Ja? Du hast mich irgendwie getötet, also... Pass auf, ich... Ich, äh, dunkst, also... Ich war da halt und bin dann weggesprungen... Auf einmal bin ich auf einmal tot! Und du... Von ganz oben, so 10 Meter über mir lädst du die Kanonen nach! Naja, das... Das war... Das war das komische Winni-Gun! Ich starte mal mit dem PS3 noch, ja! Alter, das ist... Das ist das, wenn du kurz davor wegküpfst, kann ich dich noch... Ja, warte, 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 warte! Äh, was hättest du? Du startest neu? Ja, PS3 neu! Ja, okay, warte, ja! Ja, dann müssen wir dabei rausgehen, oder? Ja! Okay, dann kann ich ja auch zwischendurch mal einen Cut machen! Ja! Dann haut rein, Leute! Wir sehen uns beim nächsten Mal! Tschüss! 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 Tschüss!